Hallo Überlebende, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, es ist Sonntag, dementsprechend befinden wir uns hier in Ark und wie ihr seht, ich stehe recht hoch. Ich stehe die liebe Kitty bzw. Mareike und der Hanke bzw. Baron. Nein, 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 wiederholen, so lange bis du es drauf hast. Na, das dauert noch eine Weile. Brandon. Die beiden kommen jetzt gleich zu mir und ich habe dann noch nicht mal was vorbereitet. Das, was ich schon seit einigen Folgen sage, was ich machen möchte und ich habe es jetzt geschafft. Hallöchen, wie sie, schön, dass du da bist. Hallo, wie sie, schön, dass du reinkaufst. Und Mr. Toilet bzw. unser Mr. Captain, der kommt auch noch nach. Ich habe einige Ideen, was wir umsetzen können und was wir dann gleich gemütlich besprechen werden. Deswegen, die beiden machen sich jetzt bestimmt schon auf den Weg? Ne, ich suche gerade mein Archie. Ich weiß nicht, ob ich den weggepackt habe, ich keine Ahnung. Okay. Dauert mal in zwei Minuten. Ja, alles gut. Das hier ist der Rest von meinem Abendessen im Übrigen, Leute. Also bitte ich zum Entschuldigen. Es ist Sonntag und da kann das schon mal vorkommen. Deswegen sage ich ja auch eigentlich immer 20 Uhr plus minus ein paar Minuten, weil habe ich aufgegessen. Lisi, bist du fit? Okay. Keiner bewegt sich, wo ist mein Archie? Ich weiß nicht. Ich habe nichts. Ich habe meine. Keiner bewegt sich, wo ist mein Archie? Nein. So, ich weiß nicht. Genau. ich bewege mich ich bin bei uns sollte was soll ich euch sagen es gibt ja hier auf der karte den titan und als ich vorhin auf die map kam war das richtig oder richtig lustig wie man es sehen will wenn zeige ich mal woher gespawnt ist wir sind ja hier direkt an meinem haus und er ist daneben gespawnt da wo jetzt so in etwa das plus pferd steht da unten also bei dem da ist das sport und da ist mir etwas anders geworden ganz kurzfristig aber mittlerweile wie ihr seht dieser weitergezogen aber das war diese woche reich hast du schon einstellen das war diese woche noch nicht das schrecklich so was mir widerfahren und ja wird auf alle fälle eine harte zeit werden hier stroh hast du einstecken 3000 ok ja klar was mitnehmen da reicht da reicht locker ich habe es jetzt gerade so kurz nach 19 uhr tatsächlich noch an dem ort zu dem wir uns jetzt gleich hinbegeben gebaut deswegen eine kleinigkeit ist mir misslungen die bessere ich im laufe der zeit aus ich habe sie gerade abgerissen und ja kommt zu mir an die base ich stehe da in der ich meine reiche wo sie ist da läuft sie das nervt erst die scheiß steuerung und los ok also ich kenne games da ist es schlimmer dagegen ist das hier eine sehr präzise und genaue steuerung nein ich bin hier ich bin hier vorne beim großen tor ausgegangen wirst du da jetzt raus ich dachte du kommst da hinterher das hat doch der laufe hallo wie ich bin hier auf dem dach gelandet ich habe lust auf insekten wie sie ohne der c und wenn der c und dann tauschen sehr gut bleiben wieder ab hast du zum essen genug mit ich habe ein bisschen was zu essen aber viel zu essen braucht ihr nicht mitnehmen ich bin hier oben habe ich gedacht hin zu bohnen also hier oben ja ja Naja... Hier so ungefähr irgendwo. Ja, ich hab dir ja eh gesagt, mit den Dinotoren abgrenzen, dass du von den Raubtiere ja Ruhe hast. Ja. Ja, hier hast du von den Kano-Besuch und diese Mikroraptoren und und und. Oh ja, Mikroraptor, den brauch ich auch noch. Oh Gott. Die sind eh so böse. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das brauch. Irgendwie krieg ich das schon hin. Ja. Mal gucken, wann die da drüben über die Bäume kommen. Weil da aus dem Bereich, da wo jetzt der Agi-Kopf ist, so in dem Bereich, sollten die eigentlich auftauchen. Wenn sie direkt zu mir fliehen und nicht wieder einen Umweg. Ich glaub mal reiche fliehen muss ich. Was? Wir wollen doch nach Kenny, oder nicht? Ja, das ist doch die Richtung zu Kenny. Was sonst? Ich verpflichte mich an. Ist ja gut, bleib ruhig Frau. Ja, ja. War sich Insekt hinter dir? Ach, leck mich. Was hast du jetzt gesagt? Leck mich? Ja, das Insekt. Ja, das Insekt. Das Insekt soll mich lecken. Da sehe ich den ersten Agi. Ja, der gibt immer so viel Gummi. Hier oben. Er hat Hose vor. Und das Insekt. Ja, neun Stück weiter links. Ja, ja. Jetzt sieht sie mich. Ach, dann bist du schon in der Luft. Ja. Ja. Und da ist auch die Mareike rein. Oh, ich lass mir zuhört. Ja, was für Ausdrücke. Ja, ist richtig. Hab da noch genug Ausdauer? Also ich habe jetzt ein Viertel weg. Gut, dann hier entlang. Reike schon da? Ja. Sie ist in Sichtweite. Ich bin gespannt, was ihr zu meinem kleinen Anglerunterstand... Oh, verdammt. Fliegt schön hier entlang weiter. Was ist? Nur ein Alpha Kano, den ich mal eben kille. Fliegt einfach weiter schön hoch. Dann werdet ihr trotzdem alledem das Ganze sehen. Die Richtung zu den grünen... Die Richtung zu dem... Am Waffe entlang. Beeilen mich ja auch mit dem Kano hier. Also wenn das schön ist, wollte ich das. Ja, da leuchtet was. Du weißt. Unterlade. Ich hab's gefunden. Ja. Sehr gut. Schaut euch alles an, ohne runter zu gehen. Oh nein, jetzt hat der Menge grültes Fleisch geklaut, der Blödmann. Wow. Nicht mehr. Ja, noch nicht runter gehen. Okay. Ah, ne, jesal so wie zuhören. Ja. Ja. Ja, herrschicht geworden. Na, hab's dich denn alles oben auf dem Dach gefunden. Na, hab's dich denn alles oben auf dem Dach gefunden. Na, hab's schon alles oben auf dem Dach gefunden. ja auf dem dach sollte noch nicht runter gehen oben bleiben und ich habe da tatsächlich ob man glaubt oder nicht zwei kleine gimmicks verstecken einmal schildern das ist ich kann es vermutlich leben willkommen zum anderen ja genau das ist eigentlich von beiden die jahre nicht da muss ich nicht mehr ran ihr könnt da schon auf dem dach landen ich dachte ihr dürft auf dem dach landen ja aber ihr sollt man nicht runtergehen genau abschütten könnt ihr auch ihr dürft nur noch nicht tiefer gehen und hier ist noch ein schild parken nur für an sind das die beiden die mix du meintest die sammeln hier ich habe euch gerade gerettet anstatt du mir dankbar bist treibst du mich an ja dann stirbst du jetzt auch hast du jetzt davon so einmal hier 6000 fleisch rauszumeißen so ist dir heiß ja ich habe die große flamme bei mir ich habe die kleine hallo alles aufheben hier ach so ich bin auch voll okay jetzt habe ich mich nackt gemacht oh mein gott sie hat sich nackt gemacht jetzt habe ich wieder die chef flamme ja das kann sein wenn da zu viele fackeln sind guck mal da steht eine nackte also ich habe die kleine flamme bei mir da steht eine nackte frau so dann fliegen wir mal rüber ach Mareike so bleib unter Archie, das ist kühler da blinkt's blau da sind sie dabei die Tiere einzupacken so mir ist heiß ja wenn ihr nachkommt, landen hier so habe ich gedacht kann man schön parken haben die Flugtiere auch einen schönen Ausblick so das kann weg kann rüber Kenny hast du eine Kühlkapsel dabei? äh ja warum? ja war für dich ähm okay wo ist das denn? nirgends ist schiefgegangen weil zu wenig Platz schmeiß in die Richtung hier jawoll jawoll ein Faberbooth jugendlich braucht noch ganz viel essen äh hab ich gehört ja level 116 bitte ja 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 wie bestellt über 100 281 Filet hat es drin okay das sollte passen oder das ist passiv gut dann kommen wir mit hier rüber Mieze 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 das hier ist mit Absicht so hoch gebaut damit keine Tiere von da draußen uns hier drinnen attackieren können und nee warte mal halt also der Falte oder? eine 116er junge Dame ach ne wir haben ein Männchen gezähmt so verhalten ist er der Richtige das ist der Richtige, ne? ja ja sieht gut aus definitiv schwarz ja schwarz wie die Nacht so das Gelee nehmen wir jetzt mit runter so und zack haben wir alles wir haben alles so die Bären können weg die brauchen wir gerade nicht da schmeißt der Kenny alles über Bord jup in Ache sind Sachen für dich auch drin für mich? ja für dich okay ach verdammt jetzt hab ich eure Sachen vergessen hm ich wusste ich hab was vergessen was ist da drin für mich? uh ja okay lass das erstmal drin bis später oder packst du jetzt schon in den Agi ich bin aktuell hart an der Gewichtsgrenze ich muss jetzt eben runter gehen ähm ihr solltet nicht runterspringen wenn ihr hier steht könnt ihr da an die an die Leiter gucken und seht dass man da runter klettern kann ja wir dürfen jetzt runter ja ja das ist das kleine Anglerparadies was ich hier aufgebaut habe ich zeige euch das gleich alle noch ach verdammt in meinem Agi ist noch äh sind noch zwei Stühle drin kannst kann man die eben mit runter bringen ich hab das Stroh auch an den Agi reingegeben na da brauchen wir hier unten so aber ich mach jetzt erstmal die Fackeln aus ach ne die Stühle stehen hier unten schon ich bring da Stroh mit runter ja das ist lieber ab und wieder Treppe ab ja ähm ich hab da die Sachen reingegeben wo möchtest du da Stroh rein haben in die Fackeln die jetzt noch kein Stroh haben äh nein verdammt ähm genau die da vorne hat Stroh die da bei den Briden ist ähm aber hier die nicht und die da hinten nicht und die anderen hier ringsrum nicht also sonst ist das hier drin nämlich verdammt wie sind die Agis da oben eh nix wenn du den auf Passiv stehen hast passiert dem nichts das ist extra so gebaut er ist Passiv so wo setzen jetzt rum na ah hier ja du musst ne ne stell dich stell dich ähm hier drüben auf der Seite ja ok hast geschafft gut ähm heis 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 ja weil da hinten noch das Licht an ist oh da ist auch heis was sagst du zu meiner geile Frisur äh ich seh keine du hast ne Mütze aus äh also Moment ja Moment ich hab doch die Mütze doch nicht kaum doch bei mir hast du ne Mütze auf bei mir hast du ne Mütze auf so ne Lederkappe und jetzt jetzt nicht hehehehe jetzt hast du nen Erokesen hehehehe so kann man mal machen so also wie ihr seht ne ist hier ein Stück hier sind überall Fackeln dass man es in der Nacht hier recht hell hat ich pack jetzt erstmal in überall 60 rein ne ja ist ok hast du gut gemacht das hier so danke mir fällt mir so ne wenn ich Pech hab ist jetzt alles vergammelt dann können wir aber ausmachen erstmal ja gut so vergammelt ist haben wir genug deswegen füttern wir damit die Fische so Eis 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 genau machen wir auch aus hier die aus also wenn mal was passiert dass ihr ins Wasser fallt ja braucht ihr keine Sorge zu haben hier ist eine Leiter eine Leiter? ja hier ist eine Leiter ah ok mit der man aus dem Wasser wieder raus kommt ok ne so äh Kenny das Rest Stroh bitte wohin äh wie viel hast du noch über äh 220 180 200 pack hier in die Fackel rein ey das ist zu viel das geht da alles gar nicht rein das vergeht da alles rein ich habe eine Fackel zu hause ich glaube ich habe da irgendwie 10.000 äh drin achso ok ja deswegen weil die haben keine äh Traglast deswegen kannst du da so viel rein packen bis der äh voll ist was ist das? was ist was? ja flucht dir Mareike kriegt schon wieder Angst das tut nichts das tut nichts solange du demnächst tust tut es dir nichts so ich habe hier drinnen die Angeln vorbereitet halbieren doch auf den warten nein der der ist ja gleich da deswegen werden wir jetzt schon mal anfangen so halbieren halbieren hopp das kann erstmal zurück hier weil ganz so lange wollen wir ja auch nicht angeln 22 mal reicht für jeden so ähm also hopp he he ich bin zu schwer Mareike ja so und zwar äh mein was habe ich jetzt 2 4 6 6 8 äh das heißt 4 für jeden 1 2 3 4 dann das hier und das hier das hier das hier war alles für Mareike das war alles für Mareike so jetzt bist du dran 1 2 3 4 einmal das einmal das einmal das so also ihr nehmt jetzt zuerst eure Angel ja beziehungsweise das Harz was ich dabei geliefert habe ja klickt einmal an und dann auf eine der Angeln drauf ah hab ich so ist das im Endeffekt wie mit der Munition für die Waffen so ladet ihr das nach ah so wir fangen jetzt mit dem Harz an einfach als Übung dann setzt euch mal hin ihr könnt euch aussuchen was ihr wollt ob Stuhl ob Bank ist egal ja Moment ich setze mich mal eben um damit ich die Mareike auch sehe wo ist sie die sitzt nämlich noch nicht ja sehr schön da sitzt sie auch so jetzt geht ihr wieder in euer Menü nehmt die äh äh Angel mit R2 dann einmal ausrüsten und dann auf den Teich zielen und R2 so und jetzt müsst ihr warten warte mal mit R2 ja und dann ausrüsten bei mir steht nicht ausrüsten ok oben links müsste drüber stehen fallen lassen ablegen ok ne das nicht das ablegen wäre das richtige dann hast du das nämlich schon ausgerüstet dann kannst äh dann gehen wir wieder aus dem Menü raus und dann aufs Wasser zielen und feuer frei mit R2 timer was ist jetzt so ein timer dann hast du einen Fisch dran dann musst du die Tasten drücken die eingeblendet werden mach ich mach ich mach ich hab ich jetzt das ich hab eine Dippie so juhu und mit der mit dem Harz angeln wir halt die kleinen Fische aber wie ihr seht hab ich die Qualität halt recht hoch gestellt ne es gibt trotzdem hier guten Fisch Eisenbarren Kristall und alles mögliche kann man auch kenn ich kann man die Angel auch wieder einholen wenn man weiter rauswerfen will ähm weiter rauswerfen bringt nichts ne und wenn du die einholst ist das was du dran hast weg deswegen hab ich gesagt fang mit dem Harz an das ist am günstigsten weil da brauch ich nur an meinen Baum gehen dann hab ich 20 Harz wieder du hast was dran ja Tasten kombi drücken genau da kommt er ein 0,5er Fisch Geil das macht Spaß eh 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 ja und das ist und das ist der ganze Kasus knaxus und gleich und gleich wenn äh äh was hast du gemacht Mareike äh auf falschen Knopf gedrückt passiert deswegen hab ich ja gesagt ihr sollt mit dem Harz anfangen um ein bisschen rein zu kommen ne ähm ja hopp ja darf ja mal passieren keiner ist perfekt ja ja klar hopp so seh ich nämlich Mareike auch ich hab mich nur umgesetzt also da trinkt da was ja und vergisst den Fisch einzuholen das ist schlecht ja Fisch ja 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 und er hat ihn ey das macht Spaß easy ja und vor allem das ist ganz gechillt oder endlich endlich mal keine Action an einem Sonntagabend mal ganz gechillt angeln wo kann man das jetzt sag ja endlich mal keine Action ja ich hab ein Fisch yay sie hat ein Fisch die Tage gehabt Mareike ja was haben wir denn schon wieder oh da kommt der Fisch also du ja jetzt hab ich einen und zack eingeholt so ich bin overweight ja ich hab ja noch die Sachen für Mr. Captain an Bord ah ok ich hab auch wieder einen ja da kommt der Fisch ja und bevor ich mich gleich gar nicht mehr bewegen kann geh ich mal eben hin schmeiße hier schmeiße hier in das Lagerfeuer den rohen Fisch und das Filet blöd hier fehlt jetzt im Endeffekt der große Industrie Koch Grill Ding um alles mal eben auf die Schnelle durch zu braten ja kommt irgendwann noch ja ja klar hab ich euch drei oder vier angeln gegeben müsste dann nachher mal nachgucken ja vier ja eine ist jeweils für Mr. Too Late drei waren für Mr. Captain drei waren für jeden gedacht ich hab vier angeln ja wenn er gleich kommt kriegt er von jedem von uns eine Angel ab und dann passt das ja ja also ich weiß nicht ich hab Öl schon gekriegt und weiß nicht alles ja du kriegst hier alles mögliche holzkohle Fasern Chiespulver Chiespulver Farb Leder Kristall ja ich hab auch Obsidian ja interessant was die Fische alles so futtern ne ja ich hab organisches Polymer gekriegt ja hab ich auch und zwischendurch solltet ihr halt wirklich hingehen und ähm das Fleisch durchbraten ne den Fisch weil der ist ja nicht so lange haltbar ja und dann habt ihr was zu essen da äh also ich Fische lieber mit Granaten nächster Hallöchen Mr. Too Late kommen Sie rein ins Game wir warten auf Sie damit wir hier die Besprechungen machen können Halleluja gemütlich beim Angeln mit mit schädig haben wir mit dem